Hallo liebe Leute, wir sind hier in den Spitzen der Verehrung und genau hier in der Nähe vom Dungeon Ruin von Eridur, in der Nähe von dem Dungeon Hexenwasser und daheim vom Portal Ruin der Rakalfeste Innenhof. Einfach runterreiten, also direkt hier in die Ecke und hier haben wir unseren 16. Nilfschrein hingehen, die Punkte kassieren, der ist hier ein bisschen versteckt und dann sehen wir weiter in dem nächsten Video. Tschau Leute!